Die Demo ist doch gestern durchgekommen. Wie kann es sein, dass 2 Stunden vor Demo-Beginnt verboten wird? Wie kann das sein? Verbote werden auch nichts daran ändern. Wut, Empörung, dass sie nicht für ihre Palästinenser demonstrieren dürfen. Grund für die emotionale Explosion, diese Durchsage der Polizei. Der Verwaltungsgerichtshof hat das Verbot der Stadt Frankfurt bestätigt, dass die Pro-Palästina-Versammlung hier am Opernplatz verboten bleibt. Alle, die daran teilnehmen wollen, mögen sich bitte entfernen. Sie haben den Lautsprecher gehört, Sie dürfen an der Demonstration nicht teilnehmen. Sie kriegen jetzt einen Platzverwalt von mir ausgesprochen, der ist umgehend umzusetzen. Und wenn Sie diesen nicht umsetzen, werden wir Ihnen helfen, den Platz zu verlassen. Aber warum? Ich habe doch nichts getan. Sie dürfen gehen oder nur bleiben Sie. Ich habe doch nichts getan. Es ist eine Enttäuschung, weil unabhängig von der Meinung, wie man halt dazu steht, Da sollen die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Meinung in Öffentlichkeit zu sagen. Also, dass man das erlaubt, ein paar Minuten später, paar Stunden später wieder verboten, verbieten den Menschen. Die Menschen sind ja nicht umsonst gekommen. Und trotz Verbot wurden es immer mehr. Parallel am Paulsplatz eine genehmigte Kundgebung aus Solidarität mit Israel. Rund 1500 Teilnehmer verurteilen den terroristischen Angriff der islamistischen Hamas auf israelische Bürger. Das ist unertragbar. Ich kann nicht mehr jetzt die Nächte schlafen. Und wenn ich die Videos auf Telegram oder Instagram oder irgendwelche sozialen Netzwerke sehe, das ist schrecklich. Dieses Blutbad, das ist für mich unfassbar, muss ich ehrlich sagen. Ich möchte mit meiner Familie einfach die Solidarität ausdrücken. Dort werden Kinder enthauptet. Ich habe eine kleine Tochter. Wenn ich mir vorstelle, dass es meiner Tochter passieren würde, das reicht mir schon als Grund, hierher zu kommen. Dass der Verwaltungsgerichtshof in Kassel das Verbot der pro-palästinensischen Versammlung in Frankfurt heute bestätigt hat, hält man hier für richtig. Wer jüdisches Leben angreift in unserer Stadt, der greift unsere Stadt ein. Und dagegen werden wir vorgehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das wurde dann auch nötig. Denn nach Räumung des Opernplatzes sind die pro-palästinensischen Demonstranten nicht nach Hause gegangen, sondern haben sich illegal gesammelt in der Innenstadt. Die Lage wird brenzlig. Wasserwerfer werden in Position gebracht. Die Polizei kesselt die Demonstranten ein, will die Personalien feststellen. Es gibt Widerstand. Viele werden abgeführt und ernten von ihren Mitstreitern anerkennende Rufe. Durchschreiben! Zurück! Zurück! Die Weg! Zurück! 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 Untertitelung des ZDF, 2020